Tiere sind nicht nur schlau, sondern vor allem auch lustig. Es kann also sehr viel Spaß machen, ihnen zuzuschauen. Klickt jetzt auf die Schaltfläche Daumen hoch und bleibt dran für unser neues Video, in dem wir die unglaublichsten Tiermomente zusammengestellt haben. Die Baumfäller haben nicht daran gedacht, dass jemand in dem Baum wohnen könnte. Was denkt ihr? Hat der Vogel Glück oder hat er magische Fähigkeiten? Ein Adler wollte einem Fuchs den Hasen klauen, bekam aber den Fuchs selbst in die Krallen. Dieser Vogel hat bessere Moves als ich. Ein Verführungskünstler auf höchstem Niveau. Interessante Art, wie dieser Typ versucht, die Schlange wie ein Kätzchen am Nacken rauszuziehen. Doch dann... Dieser Hund warf den Knochen zu seinem Freund, um den Lieblingsplatz zu ergattern. Zeig mir eine hinterlistigere Aktion. Wie bringt man einen Esel zum Lachen? Zum Beispiel, indem ein Hund einen Stromschlag bekommt. Ein Falke hat den Grillabend dieser Leute ruiniert, als er ihnen eine Schlange auf den Kopf fallen ließ. Tintenfisch-Tarnung in Aktion Deshalb solltet ihr immer die Autofenster schließen. Oh mein Gott! Und hier ist ein epischer Kampf um Beute zwischen zwei Eulen. Tja, da ist wohl ganz klar, wer hier das Sagen hat. Hier seht ihr diesen einen Freund, der euch immer vor Eskalationen bewahrt. Eine kurze Erinnerung daran, wie gefährlich doch Bären sind. Auf einen Zaun zu klettern, wird dir nicht helfen, um diesem Hund zu entkommen. Und auch dieser Typ hatte von Anfang an keine Chance gegen den Hund, aber er hat sich gut geschlagen. Diese Fische haben es geschafft, in eine giftige Qualle einzudringen. Diese Maus stellte sich tot, um der Katze zu entkommen. Tom und Jerry in Real Life. Der Hund hat nicht ganz verstanden, dass man den Schalter etwas länger gedrückt halten muss. Aber trotzdem, man muss zugeben, er ist sehr schlau. Und dieser Vogel hat gern sein Brot geteilt. Und dadurch bekam er den Jackpot. Was will uns diese Spinne sagen? Es gibt da zwei Arten von Hunden. Was für ein grausamer Zaubertrick. So jagen Delfine. Sie nähern sich einem Fisch-Schwarm, wählen den Fisch aus, der am nächsten ist, woraufhin der Delfin mit seinem Schwanz den Fisch zur Seite schlägt und ihn fängt, nachdem er von der Gruppe separiert wurde. Wenn du die Liebe deines Lebens triffst. Und hier wurde ein Affe geprankt. Zum Glück ist die Schlange nicht echt. Um sich vor einem Feuer zu retten, sprang die Katze aus dem fünften Stock und trug keinen einzigen Kratzer davon. Ein weiterer Beweis für die Theorie mit den sieben Leben. Dieser Hund sollte bei Leichtathletik-Wettkämpfen dabei sein. Dieser Hai griff den Fischschwarm so eifrig an, dass er fast gestrandet wäre. Hättet ihr gedacht, dass Tauben so etwas können? Erinnert euch an diesen Clip, wenn ihr das nächste Mal jemanden ohne Erlaubnis fotografieren wollt. Und hier ist ein unerwarteter Zusammenstoß mit einem Reh. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Dieser Fahrer geriet in Panik, als sein Auto plötzlich hupte. Doch dann sah er es. Also wenn dir ein Oktopus zurückgewunken hat, dann war dein Leben wirklich lebenswert. Dieser Besitzer brachte eine Tasche mit, damit seine Katze eine Maus hineinwerfen kann. Schau dir einfach dieses Video an, wenn du dich das nächste Mal über deinen Job beschweren willst. Warum man kein Essen vor hungrigen Vögeln vergenussferkeln sollte. Wenn man Gäste nicht ausstehen kann. Ein Leopard hat ein Affenbaby entführt. Aber seht euch an, wie sich die Mitglieder der Gruppe für den Kleinen einsetzen. Glücklicherweise konnten sie den Leoparden vertreiben und das Affenbaby kehrte zu seiner Mutter zurück. Die Löwin kam den Fotografen gefährlich nahe. Doch was ist schon wichtiger? Eine tolle Aufnahme oder sein Leben? Was für ein lebensmüdes Mädchen! Schaut euch an, wie heldenhaft der Elefant sein Revier gegen einen Helikopter verteidigt. Die Leute hatten wirklich Angst vor dem Leoparden. Aber er wollte doch nur freundlich sein. Also in diesem Boot würde ich wirklich nicht sitzen wollen. Wenn ihr mit Rochen schwimmen gehen wollt, macht euch auf so etwas gefasst. Dieser versierte Hund konnte seinen Freund mit einer Leine retten. Und das ist einfach bezaubernd. Und diese Katze hier bekämpft Hunde wie ein echter Held. Stellt euch die Emotionen dieses Fotografen vor, als ein 135 Kilo schwerer Liger eine Mischung aus Löw und Tiger direkt auf ihn zurennt. Es stellte sich aber heraus, dass er nur spielen wollte. Tja Leute, das war alles für heute. Abonniert gern, wenn ihr mehr sehen wollt.